moin hier ist der video atyl baby video was geht ich habe ein neues bestellt mein besseres land kabel autor ladenkabel kann auch nass werden für rechner bessere rechner besser für verschwindet geschwindigkeit und dies das blablabla ich verlinke euch das denn noch was drin oder den kippen gesehen das ist ein autokabel mit 1000 mb ich verlinke euch dann könnt ihr selber durch lesen dann könnt ihr durchlesen und soja ich hab jetzt 10 m weil von mir muss 10 m aber kommt auf andere muss man genau wissen wie viel man braucht wirklich das ist immer besser hat mein freund mb mich empfohlen das landkabel habe ich mir das mal gejöhnt ich wünsche euch was man hört sich alles guti tuti ich wollte nur sagen hier ist ein neues landkabel kleines unboxing nichts großes nichts wildes mal gucken wo kommt das video die tage mal oder über oder über 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 ich war gucke und habt ihr schon vatertag gefeiert könnt ihr auch mal in kommentare schreiben und dann let's go lass die live wachen blingen dingen chingen bingen 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 deutscher meister oder fcb nein quatsch egal aber tschüss wir machen jetzt das unboxing für das landkabel schön autok landkabel kann nass werden alles kann nichts mehr kaputt gehen tschüss küsschen auf nüßchen